Hallo Leute! Ich bin William & Ateno Sonata und wir gehen gleich weiter. Tiefer und tiefer in den Agogo Wald und eine Katze. Ach du heilige Scheiße! Den Scheiß Drachen hat dich ganz vergessen! Mist! Ich bin jetzt eine ziemlich große Chance, wenn ich fehlen werde. Aber, mal sehen. Aaaaah! Was war das? Was anderes konnte ich mir nicht tun. Perfekt, als mich zu heilen. Au! Nicht fair! Verdammt dich hätte! Was? Was? Das wollte ich nicht! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Nein! So, und jetzt ziehe ich erst einmal dieses... ...dieses blöde Rattenfisch loswerne einmal das erste... ...und schon wieder ist dieses Fisch an... ...und macht mich... ...und setzt mich wieder ziemlich über zu... ...aber ich... ...ich einmal... ...und dann stammt stammt stammt... ...und ich versuche jetzt diese Ratte zu töten... ...und ich habe alles geschafft... ...was, was, 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 was... ...Nicht fair, NICHT fair! Spams, 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 Spams! Nein, 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 nein... Verdammt! Was?! 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 Warum war das Fies zweimal dran?! Verdammt, ey! Okay! Fail! Fail! Ja! Fail! Ich liebe Fates! Aber Fates! Und Fates, dass ich mich nicht einschüchtern! Die werden wieder und wieder aufstehen! Und leveln! Und das ging das Fies hätten immer schon überhaupt keine Chance! Also wenn ich mal mindestens noch... Versuchen noch etwas zu leveln! Das heißt den Risiken-Fadeln mit Level verbringen! Und das ist ein Fies! So! Und... Jetzt bin ich auf die Türbisseinprügeln und den Adrien einfach für einen Radballer! Und auch Töter! Die Viecher geben im Scheißdreck! Verdammt! Okay! Dann gehen wir halt hierher! Okay! Die Viecher sind auch alle Münchens! Nicht gut! Wollen wir sie... Nicht sein? Geben sie einen Scheißdreck! Und schießt der Abends eine Phantom Wave! Okay, aber das Viech stirbt jetzt auch! Ja, sag ich doch! Aber die geben einen Scheiß! 36! Ey du fettes Viech! Und schon wieder kein fettes Viech dabei! Für euch kommt noch weiter! Was kostet die Scheißdreckung mit Alphaziazkạt? Der hat's drauf! Ich kann jetzt mal eins richtig rein! Bums, bums, bums! So, das war's für ihn. Der gibt schon etwas mehr, wenn wir sehen. Wenn ich ihn gesehen habe, hätte ich als erstes auf den eingeprügelt. Denn wenn ich dann auf den eingeprügelt, wäre ich dann in den Schatten gestanden und dann wäre die Anna Viecher auch auf mich losgegangen und wäre auch in den Schatten gekommen. Und dann hätte ich noch mehr Erfahrungspunkte gegeben. So, ich gehe auf diesen Kürbis los! Ja, da oben ist er auf den Schatten und ich gehe gleich los. Bums! Ich renne auch mit Fies hoch. Ich denke uns, dass ich... ...will, dass die... ...viecher... ...in den Schatten kommen. Ja, das andere Viech soll auch in den Schatten kommen, da gibt es mehr XP! Das Viech ist tot! Ich heil mal! So! Bin ich! Ich will, dass das Viech herkommt! Ah, jetzt ist das Viech herkommt! Und komm in den Schatten! Komm! Das Viech ist fies! Ups! 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 Und die Fallarien, ich einfach nur ein paar Kürbis und... ...ein Schnellschütze noch drauf! Ups! 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 Und das war's! 130! Schon besser! Obwohl, scheiße ist das... Ups! Obwohl's blöd ist. Ich hab noch immer einige Probleme mit am... ...diesen Flüttchen... ...gut gut 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 gut... ...nicht zu schnell! Rотten! Ratten! 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 Ups! Ups! Ich mag die Ratten, den da kann ich meinen! BAM! FAMS! 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 Und dann jetzt noch raus! FAMS! 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 Da fern die Kinder hatten, die auch nicht besonders viele geben. Hallo, Kürbis! Ah, da ist ein Kürbis, das ist ein Kürbis, 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 was auch immer das sein soll. Ah, ah, wer will das sein? Okay, ich gehe mit oben und drehe mich nach unten. Ich gehe mit oben und drehe mich nach unten. FAMS! 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 Und ja, komm, komm nur in den Schatten. Ja, und noch einen Schatten. Und blocken. Und jetzt komm, ja, ich bis 7. Und zwar habe ich. FAMS! Ja, alle beide so. Ich komme jetzt bis nicht aufhören. Ok, kümmer! Und jetzt kommt der Bisschen von der Bisschen von der Bisschen. Es ist ein Hörverdachter, der Bisschen von der Bisschen. Und Sie haben noch ja gelangt, seitdem war der Bisschen, der Bisschen von der Bisschen. Wenn man das ist, wird das auch nicht aufhören. Und die Kürbis in den Schatten kleineren. auch wenn ich nicht im Fenster nein natürlich nicht und ich steh mich hier her mit Balling eine Fettaboy einfach nur so Spaß halber und ich steh mich hier her und BAMS einmal hinunter damit das Viehsieh auch weiß wo wir sind mach mal hin ihr Vieh BAMS 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 hier sind wir hier sind wir und ja es bewegt sich endlich in den Schatten und jetzt sein den Hauch des Todes ein und der andere Verspricht in die Erde sind das Zwiebeln oder was BAMS 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 BAMS